Katalog Nummer 15 Eine der wenigen noch verkäuflichen Altitude-Töchter in Europa. Altitude selber ist der höchste rotbunte, töchtergeprüfte PTA-T-Bulle in den USA. Sie ist die Schwester zu Unstoppable und geht zurück auf die Ausnahmekuh Outside Ross. Lot Nummer 15 Sie ist eine der wenigen Altitude-Töchter in Jerusalem. Altitude selbst ist die höchste rotbunte, die PTA-T-Bulle in den USA. Sie ist die ganze Schwester zu Unstoppable und geht zurück nach Outside Ross.